Ich wollte gerade hier hinwinkeln, stelle mich da hin und plötzlich wimmelt es um mich herum von drei, vier solchen Viechern. Die anderen sind es da unten reingepflichtet. Geil! Mega! Mega! Hier ist der nächste, hier ist noch eine, schaut mal. Schaut euch diese schöne Schönheit an. Jetzt weiter, hier ist alles voll mit den Viechern. Ja, die kriecht jetzt zu anderen rein. Geil! Ich schaue noch, ob da noch mehr sind.